hallo meine lieben ich war heute im gamestop und habe das hier gefunden schaut mal ich finde das so süß weil gerade das nicht immer weil ich spiele ich ja sehr viel und ja ich würde gerne den donald rauskriegen den ich echt niedlich finde sind natürlich die anderen sind natürlich auch mega süß aber ich möchte natürlich donald haben weil ich liebe donald total und ich würde mich auch über die anderen freuen klar aber ja ich möchte es aufmachen ich möchte gucken ich weiß noch gar ich habe jetzt erst mal nur eine gekauft diese blind box das ist so überraschungs für große irgendwie finde ich sie bleibt boxen sind die so cool ja was wir drin haben ist ein schwarzes tütchen und ich glaube es ist es ist es ist kein nein es ist das ist das ich raus fühle ist kein und ich weiß wer es ist und dann ich weiß wer es ist aber es ist auch toll ich so gucke glaube ich weiß wer es ist auf jeden fall kein mickey maus ist die niedlich von auch groß ist wirklich groß eine kleine mini maus ich hätte gern gehabt oder eben halt chip und chef aber wir haben mini maus bekommen total süß total cool ja dann muss ich wohl die tage noch mal dahin fahren und noch mal neue holen weil wir brauchen donald ja danke schön dass ihr euch das video angeschaut habt klaut mir mein follow und bis denn dann